Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Easy German. Wir sind heute in der Martin Luther Schule. In? Ocombae. In? Der Erongo Region. In? Namibia. Genau, wir sind heute in Namibia. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir machen gerade Workshops zusammen mit dem Goethe-Institut hier in Namibia. Und heute sind wir an der Martin Luther Schule. Und in der Martin Luther Schule lernen die Schüler Deutsch. Deswegen werden sie euch heute mal auf Deutsch ihre Schule vorstellen. Los geht's. Hier ist Ihr Mikrofon. Hallo, wir sind Schüler der Martin Luther Schule in Namibia. Wir stellen euch heute unsere Schule vor. Aber zuerst stellen wir euch uns selbst vor. Hallo, ich heiße Wixen. Hallo, ich bin Mershia. Hallo, ich bin Miriam. Hallo, ich bin Wachadi. Hallo, ich heiße Kalimbrin. Hallo, ich bin Enrico. Hallo, ich bin Brendan. Hallo, ich bin Eduardo. Hallo, ich bin Mershia. Hallo, ich bin Tasha. Hallo, ich heiße Yalo. Hallo, Freundin. Ich heiße Michael. Hallo, ich heiße Isaac. Hallo, ich bin Sakli. Hallo, ich bin Mershia. Hallo, ich heiße René. Das ist unser Schulmemblem. Unser Schulmotto ist Education for Service in Fellowship in Harmony. Die MLH liegt auch in der Form 60 Kilometer von Oma Ruru in Fenn. Unser Easy German Team ist heute in der Martin Luther High School zu Gast. Die Martin Luther High School wurde noch zu Apartheid-Zeiten in der namibischen Stadt Karibib gegründet und befindet sich heute ungefähr 70 Kilometer westlich der namibischen Stadt Oma Ruru. Da die Schule auch Deutsch unterrichtet, hat sie uns für einen Workshop eingeladen. In diesem Video stellen euch die Schülerinnen und Schüler ihre Schule auf Deutsch vor. Das ist unsere Schulglocke. Das sind unsere Klassensimmer. Wir haben vier Klassensimmer für die jüngeren Schüler und sechs für die älteren Schüler. Klenton, was hast du interessant in Deutschland gelebt? Ich habe die Leute, die Leute waren sehr freundlich und ich habe mich immer gut und sicher gefühlt. Das ist unser Deutschklassenzimmer. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Breisensbreite. Wir möchten heute über unser Lieblingstier sprechen. We want to talk about our favorite animal. So, Mershia, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist eine Katze. Okay, Brandon, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist ein Hund. Ein Hund? Okay, good. Und Kazimiri, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist ein Hund. Auch ein Hund? Okay. Wie ist Ihr Name und woher kommen Sie? Mein Name ist Miss Berchtenbretter und ich komme aus Deutschland. Prima. Was machen Sie hier? Ich unterrichte hier an der MLH für sechs Monate lang Deutsch. Warum lernen die Schüler hier Deutsch? Deutsch ist eine verbreitete Sprache in Namibia. Viele Menschen hier sprechen Deutsch. Und außerdem sind um die 80 Prozent der Touristen auch deutschsprachig. Deshalb ist es auch wichtig für die Schüler, sich später mit Touristen verständigen zu können und vielleicht dann auch in dieser Branche zu arbeiten. Wir sprechen viele verschiedene Sprachen hier. Das ist Afrikaans. Ihr ist noch alltid willkommen, als ihr unsere Schule willkommen geht. Martin Luther World School. Das ist Englisch. You are always welcome to our school here. Das ist Oshiwambo. Wenn ihr unsere Schule besuchen wollt, dann seid ihr immer willkommen. Die Schüler hier schlafen in Hostels. Das ist unser Schlafzimmer. Und hier ist das Mädchen-Hoster. Und das ist mein Zimmer. Was ist das Besondere an der Schule? Ja, viel. Ich war auch ein Schüler hier. Und dann habe ich auch mein Deutsch hier gelernt oder studiert. Und dann besonders ist, dass es wirklich sehr ruhig ist und dass man viel lernen kann. Denn wir haben keine Chibins, wir haben keine Geschäfte hier und so. Und dann ist es nur die Gebäude, die Hostels, die Gebäude von den Lehrern und so. So die Ruhigkeit ist für mich wirklich besonders. So kochen wir ja unser Essen. Das ist unsere Speisehalle. Unsere Schule liegt neben dem ausgetrückneten Umaruru-Fluss. Das ist unser Pool. Aber hier ist leer. Weil wir Wassenmangel haben. So verbringen wir unsere Wochenende. Wir tanzen. Unsere Schule ist cool. Jeden Sonntag gehen wir ja in die Kehre. Wir sind jetzt auf dem Berg. Wir filmen den Sonnenuntergang. Da unten ist unsere Schule. Unsere Schule liegt in der Rungo-Region. Hallo ihr Lieben. Das war sie also, unsere erste Episode Easy German aus Namibia. Falls ihr euch immer noch fragt, warum wir eigentlich in Namibia sind. Das Goethe-Institut Namibia hat uns eingeladen, hier hinzukommen. Und jetzt sind wir für vier Wochen hier, um Schulen zu unterstützen, die Deutsch lernen. Denn tatsächlich lernen in Namibia sehr viele Schüler Deutsch. Und wir machen mit ihnen Workshops. Das war unsere erste Episode aus der Martin Luther High School. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Auch wenn es mal etwas ganz anderes war. Etwas Besonderes diese Woche. Ihr seht zwei Episoden, denn wir haben so viel produziert. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Also vergesst nicht, die neue Episode, die zweite neue Episode auch zu gucken gleich noch. Danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns, wenn ihr unser Projekt weiterhin unterstützt. Das könnt ihr hier unten machen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Und natürlich abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr Easy German sehen möchtet. Hier unten. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.